Die Missbrauchsfälle in katholischen Einrichtungen haben die Bischofskonferenz bei ihrer Frühjahrstagung in Freiburg beschäftigt. Der Vorsitzende Zollitsch reagierte empört auf Äußerungen von Bundesjustizministerin Leutheuser-Schnarrenberger. Sie hatte gestern in den Tagesthemen gesagt, sie vermisse bei den Verantwortlichen ein aktives Interesse an wirklich rückhaltloser Aufklärung. Zollitsch forderte sie ultimativ auf, das richtig zu stellen. Nach außen gelassen, innerlich empört der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Robert Zollitsch. Denn Bundesjustizministerin Leutheuser-Schnarrenberger hatte die katholische Kirche scharf kritisiert. Bei Fällen von sexuellem Missbrauch arbeitet die Kirche mit staatlichen Verfolgungsbehörden nicht konstruktiv zusammen. Die Bundesjustizministerin hat im Interview mittels falscher Tatsache und Behauptungen, wie ich meine, maßlos gegen unsere katholische Kirche polemisiert. Ich erinnere mich keines zweiten Medienbeitrags eines Regierungsmitglieds der Bundesrepublik, der eine ähnlich schwerwiegende Attacke gegen die katholische Kirche in Deutschland dargestellt hätte. Weil immer mehr Fälle von sexuellem Missbrauch bekannt werden, nimmt der Druck auf die katholische Kirche zu. Gestern Abend wurde er durch die Bundesjustizministerin in den Tagesthemen erhöht. Ich erwarte, dass die Verantwortlichen der katholischen Kirche endlich konstruktiv mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, Hinweise geben, mit aufklären. Ich wundere mich gerade, dass die Bundesjustizministerin, die eigentlich ja nun dafür verantwortlich ist, dann undifferenziert emotional Stellung nimmt. Und ich habe diese Fakten der Minister auch geschrieben und erwarte von ihr, dass sie die unwahren Passagen des Interviews innerhalb von 24 Stunden auch wirklich richtig stellt. Aus dem Bundesjustizministerium gab es bislang keine Reaktion. Heute Abend wird Robert Zollitsch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel telefonieren, um weitere Irritationen zu vermeiden, wie es aus der Bischofskontrolle.